Ich habe Zierpflanzengärtner und Florist gelernt. Wir haben immer Strelizien, Helikonien, Bananenblüten, sowas in die Richtung da, Anturien, eben auch Dinge, die nicht alltäglich sind. Das heißt wirklich losfahren auf dem Großmarkt, morgens um halb 3, 3 nach Hamburg und zu gucken, was dann die einzelnen Gärtner anbieten. Für verschiedene Anlässe oder für einen besonderen Anlass möchte man ja auch eine besondere Blume haben.